McCarthy führt Rachefeldzug gegen Trump jünger nach Entlassung von Matt Gaetz, in der aktuellen politischen Landschaft in Deutschland scheint es, als ob sich ein ähnliches Drama wie in den USA abspielen könnte. Kevin Kühnert, der ehemalige Juso-Vorsitzende und nun als mein Kevin bekannte SPD-Politiker, könnte als Gegenstück zu Matt Gaetz gesehen werden, einem umstrittenen republikanischen Politiker aus den USA. In beiden Fällen scheinen die Politiker eine treue Anhängerschaft zu haben, die bereit ist, ihnen zu folgen, egal was passiert. Doch während Gaetz nach Skandalen und Vorwürfen um sexuelles Fehlverhalten aus dem Amt gedrängt wurde, scheint Kevin Kühnert immer noch eine wichtige Rolle in der deutschen Politik zu spielen. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sein Pendant in Deutschland gefunden, den CDU-Politiker und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Union, der nach seiner Entlassung einen Rachefeldzug gegen diejenigen führt, die ihn gestürzt haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die politische Landschaft in Deutschland weiterentwickeln wird und ob die Parallelen zu den USA noch weiter zunehmen werden. In jedem Fall scheint es, dass die Politik auch hierzulande immer mehr von persönlichen Machtkämpfen und Skandalen geprägt ist.